Hey, 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 hey! Masaya Okugawa steht kurz vor einer Leihe zum Hamburger SV. So berichten zumindest mehrere Medien. Er soll sich schon beim Medizinscheck in Hamburg befinden, beziehungsweise er soll heute stattfinden. Und es ist wohl nur noch eine Frage von wenigen Stunden, bis das Ganze auch offiziell wird. Jo, Hamburg steht momentan auf Platz 3 in der 2. Liga und möchte unbedingt aufsteigen. Es wird aber nicht einfach und Okugawa soll dabei die Offensive verstärken, die Kreativität und Zielstrebigkeit auf den Außen verbessern, wird hier geschrieben und da er auch mit Königsdorfer ein Spieler fehlen wird dem HSV zu Beginn der Rückrunde wegen Afrika Cup, ist natürlich Okugawa hier ein sehr, sehr spannender Transfer für den HSV und ja, es ist nun mal so, dass Masaya beim FCA, also bei uns, nicht wirklich zum Zuge kam. Er ist ja im Sommer ablösefrei von Bielefeld zu uns gekommen und es war ja ein Spiel auf dem ich mich massiv gefreut habe und auch viele von euch aber irgendwie war er auch ein bisschen verflucht. Er kam mit einer Verletzung gleich zu uns, musste da sich erstmal auskuriert, hat so die Vorbereitung nicht wirklich komplett mitgemacht dann hat er sich wieder verletzt hat dann wieder Spiele verpasst, also es ist wirklich wie verflucht Kommen wir mal zu ihm selber. Startelf Kote 0%, 2% der Spielminuten nur gemacht, ja zweimal Kammer zu Minuten, also es ist wirklich sehr überschaubar, wir schauen uns das Ganze gleich mal im Detail an Viele haben auch so ein bisschen noch die Hoffnung gehabt, dass er wahrscheinlich in der Rückrunde zündet aber das hat sich jetzt erstmal erledigt. Für den HSV natürlich ein Spieler, der da vorne alles spielen kann und vielleicht ist es auch für uns gar nicht so schlecht, dass er da einfach beim Team spielt, dass er Offensivfußball spielt und seine Klasse einfach mal wieder zeigt, nachdem er wirklich ein bisschen verletzungsverseucht war. Gehen wir mal hier einfach mal rein und schauen uns mal an, wie so dieses Jahr seine Saison lief. Hier seht ihr es, Schüsselbeinbruch viel aus bis zum siebten Spieltag und dann nach so einer Verletzung braucht es natürlich ein bisschen Zeit, dann war er ein bisschen im Kader, wurde gegen Wolfsburg zumindest für zwölf Minuten mal eingewechselt, aber auch hier hat man schon gesehen, dass es scheinbar ein bisschen schwierig ist, für ihn in die Mannschaft zu finden, auch unter Jess Thorup und dann kam im Testspiel auch eine erneute Verletzung, wo er sich zugezogen hat und war dann auch teilweise nicht im Kader hier nochmal eine Fußverletzung. Also eigentlich kann der Bursche auch irgendwie nicht wirklich was dafür, dass er bei uns nicht zu zugekommen und ich bin ja auch der Meinung, dass man beim FCA immer so ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht, um sich in die Startelf zu spielen, zumindest brauchen das viele und ja, er war ein bisschen einfach vom Pech verfolgt. Fakt ist, ich finde es tatsächlich gar nicht eine so schlechte Lösung. Was wir aber damit auf jeden Fall machen, wir geben einen Spieler ab, der vorne nahezu alles spielen kann, auch dieses bisschen kreative Element hat. Wir wissen aber nicht, was Jess Thorup plant, was für ein Spieler kommt noch im Winter. Wie legen wir nach? Wie weit war Masaya Okugawa halt wirklich weg von der Startelf oder vom Kader? Das wissen wir nicht. Dementsprechend leihen wir ihn scheinbar nur aus, ohne irgendeine Option. Er ist ja auch erst kurz da. Man glaubt wohl schon noch an sein Potenzial und vielleicht ist das auch der richtige Schritt. Er kann, wie gesagt, da sich ja nur verbessern. Er braucht Spielzeit und wenn er wirklich so weit weg war von der Startelf und wenn Jess sagt, er ist aktuell schwierig für Masaya, sich in die Mannschaft zu beißen, dann ist es vielleicht auch die richtige Lösung. Auch wenn es mir wehtut, ich habe mir sehr gewünscht, dass in der Rückrunde ein bisschen zum Zug kommt. Er ist nun mal beidfüße, kann beide Seiten spielen, hat eigentlich auch schon bewiesen, dass er es in Bielefeld auch in der Bundesliga kann. Er hat da auch gute Leistungen gezeigt, hat bei Salzburg gespielt und jo, jetzt ist es nun mal so, dass er Hamburg helfen soll, die Ziele zu erreichen und ich drücke ihm da auf jeden Fall alle, alle Daumen. Sobald ich weiß, wie die Vertragsmodalitäten sind, Stand jetzt, spricht alles nur für eine Laie ohne irgendeine Option, werde ich es in diesem Video ganz oben anpinnen als Kommentar. Ihr könnt es mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, sobald ihr da mehr wisst. Das wird wohl im Laufe des Tages rauskommen. Und jo, dann würde ich einfach sagen, danke fürs Zuhören. Masaya, alles Gute. Wir werden ihn auf diesem Kanal auf jeden Fall beobachten, was für Leistungen er in Hamburg zeigt. Und ich danke euch fürs Zuschauen, wie immer. Und ja, die Transferphase wird heiß. Es ist der dritte Abgang jetzt bei uns neben Aaron Zehnter, der uns ja auch verlassen hat und Irving Cardona. Und wir schauen, wie es weitergeht. Also, dann danke fürs Anschalten. Daumen hoch wäre super und im HSV viel Erfolg mit Masaya, behandelt ihn gut. Ist ein geiler Kicker in meinen Augen. Und ja, ich hoffe, er kann ihm helfen und kommt als stärkerer Spieler wieder zurück zum FCA und bleibt vor allem eines gesund und verletzungsfrei.